Und herzlich willkommen zu einer nächsten Folge von Most Wanted, ist ja Need for Speed und ja, mein Kumpel Fabian filmt hier gerade, äh, nein, ja, er spielt und ich filme und ja, heute wollte ich zeigen, wie er heute spielt. Und fahre einen Subaru-Impreza-Crossword-irgendwas und fahre jetzt einfach mal so eine Runde. Und vielleicht navigiere ich mich auch zum Bugatti-Baron-Übersport mit 1200 Kurs. Okay, bin ich auch schon hinzugesprungen, aber erst mal eine Polizei verfolgen. Folge querscht hat. Also so sollte man definitiv nicht im wahren Leben fahren. Naja, ist ja zum Glück nur ein Spiel. Irgendwann machen wir morgen früh... Junge, ernsthaft, zum Glück? Morgen früh machen wir noch ein Video vom GTA 5. Äh, haben wir das? Ja, ich hab's. Auf? Oh, Playstation. Oh, da ist die Polizei. Oh, da ist die Polizei. Und wenn ihr es nicht seht, darf ich nicht Playstation spielen. Oh, er verfolgt... Er wird gerade gefolgt. Scheiß Bullen, ey. Bullen... Scheiße. Ja, das heißt aber Polizei. Und gebraucht habe ich 19 Sekunden, 70 Sekunden und einen Bizisten ausgeschaltet. Gut. Dafür, dass ich überall Unterlagen hatte. Also, ja, morgen machen wir wieder eine Folge oder so. Ja, und... Ja, er spielt ja gerade so und macht ein Like nach oben und abonniert uns. Aber bitte kein Dislike. Warum? Weil das schlecht ist. Okay, kein Dislike. Und ja, er ist gerade Game Over. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Schreibt in die Kommentare. Und ja, wir sind glaube ich jetzt schon fertig mit der ersten Folge von Need for Speed. Ja, und tschüss.